10 Jahre Fahrmobil. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, aber wir sind da und dürfen heute feiern. Wir dürfen nämlich heute feiern das tausendste Fahrmobil. Insgesamt übergeben wir 140 Fahrzeuge heute in die Regionen. Und das ist ein Grund, mit den Volks- und Reifwesenbanken, mit unseren Kunden und natürlich mit vielen Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu feiern. Es ist da heute, der Minister für Soziales und Integration, Hermann Fred Luchwa. Und wir haben noch vom baden-württembergischen Genossenschaftsverband den Präsidenten Dr. Roman Glaser da. Und viele, viele Vertreter aus hochrangigen, karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen. Ich denke, das ist aller Grund zu feiern. Ich denke, feuerfrei und let's have party. Kommt ein Dalmatiner im Supermarkt an den Kassen, dann sagt die Kassiererin, sammle sie Punkte. Ich denke, das ist alles gut. Ich denke, das ist alles gut.